Ein herzliches Hallo! Willkommen zu meiner ersten Runde als Nemesis in Death by Daylight. Mal gucken, wie das hier funktioniert. Rein theoretisch... Müsste ich... Ich dachte, da sitzt vielleicht jemand. Jetzt mit totalen Anfängern spielen. Oder gegen. Weil es ist meine erste Runde. Aber ich glaube, dem ist nicht so. Okay, mein Tentakelarm ist noch zu kurz. Weil die gucken nach hinten auf jeden Fall. Also die sind nicht ganz neu. Die passen ziemlich gut auf. Wo ich bin. Ja, mein Arm ist halt noch zu kurz. Gott, Nemesis... Ich muss den erst mal... No, den Gen Chubby nicht zu saven. Ich bin nicht beziehungslos. Ich bin nicht betont. Okay. Das war's. Ich bin nicht abgeholt. Ich bin nicht abgeholt. Aber wie egal ist... Ich bin nicht abgeholt. Ich bin nicht mehr ohne... Ich bin nicht larger. Also das wird mich tatsächlich mal interessieren, wie DBD das jetzt einschätzen will. Gegen was für Spieler ich spielen muss als Nemesis. Ich habe noch nie mit Nemesis gespielt. Also wie? Wie kriege ich solche Survivor? Ich treffe halt nicht mal über die Palette, ne? Ruin ist auch weg. Also, ja. Ich kriege halt auch meine Stufe nicht aufgeladen. Ich kriege halt auch meine Stufe nicht aufgeladen. Ich kriege halt auch meine Stufe nicht aufgeladen. Jusquits- 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 Bleib ich hier an dieser Kack-Tonne hängen. Jusquits- Jusquits- Ah, gut. RIP Ah, boi Wir sind zu zweit dort hinten Ich treffe halt einfach gar nicht Aber ich kriege auch irgendwie Hieß es nicht, dass ich durch die Zombies Auch aufsteige in meiner Stufe Irgendwie war ich das nicht, oder? Ich glaube, das stimmt nicht Ist das das Geräusch, wenn der Zombies neu spawnt? Wir sind zu zweit dran Sie zieht die Palette Dead Hard Es sind nie im Leben sind es Anfänger Ich wiederhole mich, ich weiß Aber das nervt mich Das Matchmaking sagt Hey, wenn du als Killer keine Erfahrung hast Kriegst du durchmache Mates So, und das Spiel aber wirklich ist Haha Erste Runde mit einem neuen Killer Wie witzig Guck mal Du kriegst Leute mit Dead Hard Und mit Was weiß ich was allem Keine Ahnung Wie auch immer Was soll das? Taschenlampe Doch nicht Aber hier ist jemand Ist das jetzt euer Puh, Ernst? Alter Steht der mit Adrenalin auf? Ich fass es nicht Sprechen die sich vielleicht sogar noch zusätzlich ab? Ich würde gern campen Das Problem ist, die kriegen sie trotz Campen runter Die spielen halt nicht erst seit gestern Du hast Geline Du hast Geline Du hast Geline So, dann hast du dein Dead Hard benutzt Weil Geline abgelaufen ist Jetzt hast du noch einen D-Strike Wenn du Glück hast Die sind alle angerannt gekommen Und Überraschung Wiederholung Anfänger machen das nicht Na gut, einer kommt raus Eigentlich hat es das D-Strike Du hast recht nicht verdient Gut, die haben jetzt noch ein paar Hochs geschenkt Trotzdem werden sie erzielen GG, easy Ihm Ziem Ich habe das drenge Nichts Ich habe das D-Strike und erkoße Sie 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 Er muss eigentlich hier irgendwo sein, der Zombie. Er geht doch retten. Tatsächlich. Das ist jetzt aber schade, dass du dich für die geopfert hast. Das ist cool, dass sie den Haken sabotiert, aber... Bin es euch jetzt noch so viel? Die Spuren sind... Okay, es wird getrollt. Nice. Ist das ein Strike? Hast du getrollt? Nee? Was ist da los? Ich weiß, ich bin gerade salty, aber nach der Runde, ganz ehrlich... Ich kann halt mit Nemesis noch keine Scorepoints haben, weil ich mit Nemesis noch nie gespielt habe. Auch nicht vor dem neuen Matchmaking. Das ist meine erste Runde mit Nemesis. Wieso kriege ich solche Leute? Warum? Why? Das Ding ist, ich glaube, die können sich nicht über mich lustig machen, weil... Rang 3 und Rang 2. What the hell? Ich bin Rang 15, ist das jetzt ja quasi, glaube ich... Warte, 20, 19, 18... Nee, 16. Ich bin Rang 16. What? Also ganz ehrlich, ich verstehe es bis jetzt noch nicht, wie dieses Matchmaking besser sein soll. Never! Selbst wenn sie sagen, obwohl es ja so ist, es ist so, dass jeder Killer seine eigene Bewertung bekommt. Du kannst als Nurse mega kacke sein, dafür kannst du als Bubba ein Rang 1 Spieler sein. Und wenn du auf Rang 1 bist und plötzlich die Nurse spielst, kriegst du halt Rang 1 Gegner. Und genau das sollte verhindert werden. Ich bin aber mit meinem Killer... Das Beste, was ich jemals hatte, war, glaube ich, Rang 11 oder Rang 10 für einen Pip. So oder so finde ich nicht, dass ich mit Red Ranks gematcht werden sollte. Und nur weil ich über 1000 Spielstunden habe, heißt das nicht, dass ich 1000 Spielstunden Killer habe. Ich habe vielleicht 100 Stunden Killer. Wenn überhaupt. Ich bin halt Main Survivor. Und das regt mich so auf. Die ändern was am Matchmaking und es haut vorne und hinten nicht hin. Ich verstehe es nicht. So, genug geraged. Meine erste Runde Nemesis. Vielleicht spiele ich ihn nochmal irgendwann. Vielleicht aber auch nicht. Ich fand ihn jetzt nicht so toll. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Adios. Bye bye. Es war schön. Mit euch. Tschüss. 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 Tschüss.